da Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TropicCraft ähm, mir wurden sehr viele nette, äh, Vorschläge in die Kommentare geschrieben und ja, wirklich, also wenn ihr mir Kommentare schreibt und wirklich auch gute Ideen habt, dann möchte ich das gerne noch umsetzen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das letzte Mal neu zu machen werde, wie viel ihr noch davon sehen wollt. Ich nehme mal ganz viel davon ab, ne? Und zwar, äh, hat mir jemand vorgeschlagen, ich soll einen Strand mit einer großen Bar bauen und das stelle ich mir eigentlich schon ganz cool vor, dass ich einfach, äh, hier so eine Liegestühle und was alles dazugehört dran baue. AAAAAAAH! Warum passiert mir immer so etwas Behindertes? Auf jeden Fall, dass ich mir hier irgendwie so einen kleinen Strand baue und dass ich dann da so drauf so Liegestühle und alles baue und dann noch so eine kleine Bar, äh, hinbaue. Hier sind unsere Fischis, yeah! Cool, freu ich mich richtig. Finde ich nice. Ja, auf jeden Fall. Und dann hat mir noch jemand geschrieben, ich soll eine Glaskuppel, äh, im Wasser bauen, dass ich immer irgendwie, dass es von außen beleuchtet ist und dass ich da immer reingehen kann und da immer Fische beobachten kann und sowas. Das wäre auf jeden Fall auch eine richtig geile Idee eigentlich. Finde ich. Auf jeden Fall danke für die geilen Ideen und dann soll ich noch, äh, dann soll ich mir noch ein paar Korallen fischen und, ähm, die in mein Aquarium bauen. Dann leuchtet das auch im Dunkeln. Das sieht dann viel schöner aus. Ich weiß, die Kommentare zu schätzen und wirklich vielen Dank dafür, wäre ich nie im Leben drauf gekommen und das sind echt geile Ideen und, äh, ja. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr mir die auch mal schreiben. Ich stelle mir mal auf einfach, denn ich bin keine Pussy. So, äh, ich möchte mir jetzt erstmal ein paar, habe ich hier so meinen Taucherhelm. Ich möchte mir jetzt erstmal, oh, ich frecke gleich. Ja, ich möchte mir jetzt erstmal ein paar Korallen angeln, dass ich mir die in mein kleines Aquarium reinbauen kann. Ta-da-da-da-da-da. Ich habe auch von jemandem einen Kommentar erhalten, dass ich überhaupt nicht bauen kann und dass alles von mir hässlich aussieht, was ich baue. Wobei, hässlich wird mit E gestimmt, nicht mit E. Äh, ja, das stimmt irgendwie. Also meine ganzen Sachen, die ich bis jetzt gebaut habe, ne, die sehen irgendwie alle total scheiße aus, aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich bauen kann. Das muss man dazu sagen, ne. Also, ich kann nicht bauen. Das wird sich nie ändern. Genauso wenig, wie ich zeichnen kann. Das sind Sachen, die sind einfach unmöglich. Ach, scheiße, ich kann die nur, ich kann die nur auf Sand bauen, ne. Kann das sein? Na, da habe ich jetzt richtigen Bullshit gebaut. Wobei, mit Sand sieht das eh viel cool aus. Habe ich denn Sand? Nicht mal dat, ta-da. Wat ist denn dat für ein Noob? Wobei, das passt doch gerade so ein bisschen. Also der Mod, ich meine, ich habe den ja irgendwann, im Winter hatte ich den ja auch geschmückt. Die Fische wollen mich umbringen. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Lol, ich komme echt nicht mehr hoch. Wat wollt ihr denn? Hä? Guck mal, ich komme hier nicht mehr hoch. Wat soll dat denn? Wie geil. Hammer. Ich komme hier nicht mehr aus dem Wasser. Doch jetzt, was war denn das? Hä? Versteht nicht. Ja, auf jeden Fall passt das jetzt auch langsam, weil jetzt ist ja schon der Monat Mai. Und jetzt wird es auch langsam schön warm und alles. Und dann, dann kann man sagen, es wird Sommer und dann passt es auch. Und dann passt der Mod auch schön hier rein. Die Blätter bewegen sich wieder im Winter. Finde ich richtig cool. Ich habe keine, keine Axt mehr, ne? Kann dat sein? Kann dat sein? Ja, dat kann wo gut möglich sein. Scheiße. Aber ich kann mir immer wieder neu machen. Wäre irgendwie auch angebracht. Aber ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal mit den Ideen an. Jetzt werden wir die mal umsetzen. Wäre ja gelacht, wenn ich das nicht hinbekommen würde. Äh, ich würde sagen, wir machen zuerst mal ein paar Korallen in mein Aquarium noch, dass wir das noch schnell abgehakt haben. Und dann kann ich so langsam, aber sicher, bam, 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 bam. Dann kann ich doch langsam, aber sicher mir erstmal einen Strand bauen. Und die Glaskuppel kommt danach erst. Dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar Ideen habe. Aber wenn ich mit den Sachen dann fertig bin, ne? Also man sollte eigentlich immer mit Ideen und mit Sachen, wo man die im Angriff hat, auch loslegen, weil wenn man irgendwie nicht weiß, was man machen soll oder so, dann ist das auch blöd. Und, äh, ja, auf jeden Fall. Mach ich das jetzt noch? Dann gucken wir mal, ob das Let's Play dann auch schon zu Ende sein wird. Oder Käsekuchen. Käsekuchen, ich mag Käsekuchen. Nicht. Doch, obwohl. Also so ein Stück Käsekuchen kann man mal essen, ne? Ich hasse zwar Käse, aber Käsekuchen ist lecker. Der schmeckt doch voll nie nach Käse. Ey, könnt ihr mal weggehen, ihr Scheißfisch. Ich will den Stein kaputt... Kloppen. Oh, ich kriege hier gleich schon zu viel. Geht weg, bitte, bitte, bitte. Bitte, nein. Nein. Oh, jetzt werde ich ins Team angeschrieben. Von Lukas Fu. Hi, Simon. Warum? Ich lese mir das gleich mal durch. Bitte, nein. Bitte, 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 bitte. Geht weg. Boah, habe ich Glück gehabt. Alter, ich bin so ein Glücksfilz. Gut, dann baue ich jetzt einfach mal so. Ich gucke mal, wie das ausschaut. Scheiße, das geht gar nicht. Warum geht es nicht? Da geht das doch auch. Wollt ihr mich verarschen oder gehen die Sachen nur nicht? Hier, ich habe auch... Ich habe mir doch was anderes geholt gehabt. Wo ist denn das? Hallo? 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 Ich habe mir doch noch was anderes geholt. Wo ist denn das? Na, hör mal. Ich weiß es echt nicht mehr. Hä? Bin ich jetzt dumm? Wieso kann ich die Sachen da nicht hinbauen? Achso. Okay. Ich glaube, das Beck muss tiefer sein. Oh, ich schlage mich jetzt hier die ganze Zeit rum. Ich habe irgendwie... Oh, scheiße. So, jetzt gucke ich mal. Pass mal. Oh, ich komme mal wieder nicht hoch, Mann. Oh, ich könnte kotzen. Alter. Willst du mich irgendwie verarschen? Ich will jetzt hier nicht ertrinken in dem Becken. Ey, die... Hau ab. Du blöder Fisch. Hau ab, Leute. Die Fische schubsen mich. Ich heule gleich. Och, ich will hier doch nur raus. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Oh. Diese... Ich esse gleich Fisch. Ich check gar nichts mehr. Warum komme ich hier nicht mehr raus? Ist das irgendwie verbuggt oder sowas? Das Aquarium ist verflucht. Luke, ich bin dein Vater. Och, komm, willst du mich verarschen jetzt hier? Was soll das denn? Hallo. Vielleicht soll ich mir mal eine Axt holen. Oh, ich kam doch eben gerade auch raus. Was ist das denn? Hallo. Nun ist aber okay hier. Was ist denn das? Wasser. Ich hole mir... Ja, geht doch. Voll aber was sagen hier. Geht, ist deine Strömung drin? Nein, nein, nein. Nein, jetzt habe ich meinen Fisch getötet. Haha. Aber geil. Aber geil. Boah. Ist gut jetzt hier. Jetzt muss ich die Strömung wieder wegtun. Och, ich kriege ja eigentlich... Ich kriege ja gleich ein so viel, ne? Ich gehe nie wieder in dieses scheiß Aquarium rein. Und man hat wieder meine Geschwister. Wie ich mich immer freue, wenn ich sie höre. Ich könnte den... Ich könnte ihren den Hals umdrehen und dann... Ah, ne, so. Okay, äh. So. Ich glaube, das ist auch verflucht. Äh, jetzt möchte ich aber gerne mal gucken. Komm her, du Unkraut. Als ob ich keinen Platz mehr in meinem Inventar. Ich kann kotzen. Ja. Dank dem schönen Erde-Dreck-Block. Erde-Dreck. Dreck-Erde-Block. Drecks-Erde, egal. So, jetzt möchte ich aber mal gucken, ob ich jetzt... Ob ich jetzt langsam mal... Langsam mal besichere. Ja, okay. Ab da geht's. Ab da geht's. Also muss ich doch einen tiefer machen. Einen tiefer legen. Wum, 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 wum. Da komme ich gerade noch so dran. Da komme ich gerade noch so dran. Die dran, die dran, 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 dran. Ich möchte da jetzt ungern da reinhüpfen. Denn ich habe so das dumpfe Gefühl dann, dass ich dann wieder feststecke. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Deswegen farme ich mir jetzt einfach mal hier Sand. Ich schaue dann mal, wo wir dann den Strand hinbauen können. Ich denke jetzt einfach mal an so einen, äh... Ja, an so einen echten Strand. Wo auch irgendwie... Weiß ich nicht, gucke ich mal. Fuck you. Ich wollte ja das gar nicht einbauen. Jetzt komme ich da nicht dran. Ja, ich mache es mir einfach. Ich mache es mir einfach. Der Sand absickert, kann man das ja mal so schön machen. Ich hoffe, ich zerquetsche jetzt gleich keine Fische. Wenn man weiß, wie es geht... Dann weiß man, wie es geht. Eher, Mann. Keiner macht mich mehr an. Und da ist gerade... So ein bisschen... Okay, ich mache es gerade ein bisschen kompliziert. Aber das soll mir egal sein. Damit kann ich leben. Okay. Alles klar. Und hier noch. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es aber. Wunderbar, 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 lalalalalalala. Ich hasse dich, Baum. Jetzt darf ich hier bloß alles wieder zuschütten, ne? Was ein Aquarium alles so für Arbeit machen kann, das gibt es nicht. Das ist so unglaublich. Irgendwo ist hier noch was. Ja, hier, genau. Ach du Scheiße, das ganze Becken dreht ja durch. Ich habe jetzt überall Strömungen erzeugt und so. Naja. Naja. Solange man das mit dem Textgepack nicht so sieht, ist ja alles okay. Ja, passt. So, jetzt brauche ich die paar Pflanzen. Jetzt hole ich mir einfach nochmal ein paar Pflanzen. Und ich brauche gleich unbedingt mal... Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber ist ja egal, okay. Nein? Okay? Ja, doch. Ich suche mir jetzt erstmal ein paar schöne Pflanzen aus. Und wo könnte man, wo könnte man einen Strand hinbauen? Also bei mir ist gerade, gerade, gerade ganz schlecht, weil das irgendwie total scheiße aussieht. Wobei, so einen richtigen Strand kannst du ja auch nicht bauen, weil das... Der Sand geht ja immer wieder nach unten, ne? So eine gerade Fläche und so. Ich weiß nicht. Hä, wieso habe ich so wenig Leben? Drei Leben, willst du mich verarschen? Genau, ja! Ist klar, ne? Das war aber nicht abgemacht so. Dass ich drei Leben habe. Okay, schon besser. Ich habe nichts gesagt. Also dafür ist die Taura-Kappe. Echt sinnvoll. Ja. Wunderbar. Ich glaube, vier reichen erstmal. Die platziere ich dann so, wie ich will. So wie wir das dann machen. Und, äh... Und, äh... Ja. Dann kann ich ja mal so langsam mit dem Strand anfangen. Ich weiß, dass das dann im Nachhinein eh wieder scheiße aussieht, aber das ist mir eigentlich egal. Aber dann haben wir alles, was so zu so einer tropischen Landschaft dazugehört, äh, auf der Welt. Dann bin ich glücklich. So, Taurel wird wieder abgesetzt. Meine Lederpeitschenrüstung wird wieder angezogen. Jetzt kann ich die auch mal platzieren. Eins. Ach, scheiße. Ich habe keinen Platz mehr. Oh, Mann. Das regt mich voll auf. Ich könnte kotzen. Jetzt wird dir ja... Jetzt wird dir ja Mut auseinandergefickt, Junge. Jetzt wird dir deine Mut... Ich bin ein Motherfucker. So, warte mal. Pass mal auf. Ey, ich habe ja... Ich habe ja ein paar Korallen. Eine sieht aus wie Cannabis. So. Ich werde mir jetzt erstmal... Die Werkzeuge konnte ich mir doch so machen, ne? Äxte? Nein, dann war das... Dann musste ich die verarbeiten. Ich verarbeite die jetzt erstmal. Ah, habt ihr meine Schwester gehört? Haha. Jetzt lacht er auch nicht so dreckig. Äh. Oh, Alter. Ey. Nein, scheiße. Jetzt habe ich mir die... Oh, jetzt habe ich mir alles voller Bambusspere gemacht. Oh, Mann. Wollte ich jetzt aber nicht. Alter. Kann ich die werfen? Ich habe vergessen, was ich damit machen kann. Ne, das ist wohl irgendein Schwert oder? Keine Ahnung, egal. So, jetzt kann ich mir Werkzeuge machen. Jetzt macht der sie mir sich Werkzeuge. 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 Jetzt macht der sie mir sich Werkzeuge. Scheiße. Das geht wohl doch nicht. Jetzt weiß ich, wie das ging. Scheiße. Das war doch... Mit den Dingern? Also mit den... Hä? Moment. Wo waren die denn? Die hier. Mit denen und mit dem Bambus. Manchmal frage ich mich echt, ob ich mein Gehirn gelassen? Aber das vergisst man auch immer voll schnell, ne? Finde ich jedenfalls. Ich mache erst mal zwei. So. Das war doch so. Mama Mia, Mario. Hier gibt es überhaupt gar nichts mehr. Dann war das doch so. Oder? Ne, keine Ahnung. Das war doch so. Oh, mal kurz ins Buch gucken. Ins Buch. Ins Buch. Oh, ich drücke auch alles an. Hier, wie war das nochmal? Ja, habe ich doch gemacht. Ne, ich habe das andersrum gemacht. Oh. Das benutzt man als Stil. Ey, Leute. Dümmer geht es nicht, oder? Dümmer geht es nicht. Ne. So, ich mache mir jetzt mal ein bisschen wieder... Ich mache mir jetzt... Ich mache mir jetzt einfach Platz. Ich habe da keine Lust drauf. Dass ich so viel Platz verschwende. Jetzt ist es wieder dunkel, jetzt kommen wieder die Monster, die böse Monster. Und wollen mir aua, 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 wehtun und so. Also das ist schon geil mit den Dingern, dass sie im Dunkeln leuchten. So, ich brauche meine Taucherkappe wieder. Wieso habe ich immer nur drei Leben? Ich check das nicht. So, jetzt suche ich mir nochmal ein schönes Ding aus. Das in Pink nehme ich mal. Ich glaube, die leuchten nur. Kann das sein? Die leuchten so ein bisschen, aber die leuchten so ein bisschen mehr. Äh, dann nehmen wir noch das. Annals. ... ... ...